Ein herzliches Willkommen hier wieder zurück bei Clash of Clans und in der heutigen Folge werde ich ein bisschen die Quests wieder weitermachen und ich wollte mal ein paar Angriffe zeigen, ne? Ähm, Verteidigungen von einer Verteidigung würde ich ganz gerne mal zeigen. Äh, dann gucken wir mal kurz, also ich weiß gar nicht so wirklich, was ich so immer in den Folgen machen soll. Vielleicht könnt ihr ja mal schreiben, was ihr gut fänden würdet. Ah, die müsste ich mal ein bisschen, deswegen habe ich ja das Rathaus geupgradet, damit ich die endlich mal verbessern kann, diese Viecher da, damit die Defensive gestärkt ist. Aber ich muss noch mehr Mauern machen, wenn ich das neue Rathaus habe. Ah, guck mal, die gehen da so durch, ne? Ja, sauber. Sauber, ey, die gehen da so durch, hätte ich nicht gedacht, aber ne gut, dann gehen die Riesen kaputt und damit ich das Ganze mal so analysieren kann, wie das immer so ist. Kommt ein bisschen spät, wenn man, äh, kommt echt ein bisschen spät, diese Hilfe dort, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, dann schießen die da rauf und die machen da schön viel kaputt. Und jetzt kommen erst die Bogenschützen. Ja, aber die sind eigentlich effektiv, würde ich mal so sagen. Ah, jetzt kommt der noch mit Clan-Truppen an, ja, sehr schön. Und da bashen weiterhin die Bogenschützen da drauf ein. Vielleicht sollte man mal den Magierturm irgendwie da hinstellen oder, oder habt ihr irgendwie ein Rad, wo ich was hinstellen soll? Ja, und dann machen die da hinten noch die Sachen kaputt, ist klar, ne? Aber, so ganz schnell geht mir das auch noch nicht vonstatten, finde ich. Das ist aber schade. Da oben ist alles kaputt. Ja. Und dann ist es zu Ende. Ich hab den Gens gewonnen, aber, ähm, ich hab viele Sachen verloren. Das war natürlich doof. Vier Stunden dauert das Elixierlager noch. Ähm, weil ich will das hier noch upgraden und ich möchte dann auch noch das da upgraden. Dann bräuchte man eine Million. Passt, ähm, ja. Dürfte, dürfte irgendwie zu schaffen sein, dass man das kriegt. Ähm, ich bin keiner Liga mehr zugeteilt. Das ist ja sowas von schade. Soll ich jetzt mal angere... Ach komm, die drei Stunden, scheiß auf die. Ich tu meinen Rathaus extra mal hier nach draußen, falls ich angegriffen werde. So, dann tun wir mal das da und da hin und diese Viecher. Äh, naja, geht ja nur eins, ne. Oder kann man, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ist ein Abstand. Würde das passen? Hm. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt passen würde. Scheiß drauf. Ähm. Wir, ich tu jetzt das Rathaus mal nach draußen. Aber die sollen nicht da angreifen, sondern da sollen die mal angreifen, wo die hier Viecher sind. Aber dafür fordere ich jetzt nochmal an. Äh, die Spenden sind ja alle, ähm, was kann ich denn da spenden hier? Komm, machen wir mal ein paar nette Bogenschützen. Und ein paar Barbaren da. Ein Nudelauflauf, das ist sehr interessant. Dann gehen wir da mal Barbaren. Und, ne Schweinreit hab ich leider nicht. Dann gehen wir da nix. Ähm. Ja. Und dann können wir auch schon. Ich würd ganz gerne mal Sachen angreifen. Narrengold heißt das. Aber ich, oh, da klingelt das Telefon mal wieder. Es befindet sich ja immer in meinem Zimmer. Dann greifen wir mal das hier an. Hm. 28. Oh, das sieht leicht aus. Da krieg ich auf jeden Fall Pokale. Oder? Gucken wir mal. Greifen wir an. Kommen da Truppen raus? Nee. Da kommen keine. Also, ich glaube, da lässt sich vermuten, da, ähm, ja, hab ich mir schon gedacht, dass da welche sind. Deswegen hab ich das jetzt mal vorsichtshalber da hingesetzt. Und da hat man einen schönen Eingang hier. Das find ich ja sehr schön. Finde ich ja sehr einladend hier, dass man da einen Eingang hat. Das ist so richtig lieb gemacht. Sehr nett gestaltet. Würde ich jetzt mal so sagen. Und dann kann man das Ganze auch so fortführen. Und, ja, geht mal in die Richtung, ne. Hm, ich würde am liebsten, hab ich, hab ich mit, ah, toll, ein Magier. Ja, den hab ich jetzt gespendet gekriegt. Toll. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Anscheinend nichts. Und, äh, die ganzen Dinge sind eigentlich unnötig. Hätte ich eigentlich die Kobolde das übernehmen lassen. Macht doch mal hin. Die machen ja eigentlich mehr Schaden. Die Riesen sollen sich da rumkümmern. Und, ähm, können wir hier noch drei Ballons hinsetzen. Ich weiß, das ist grad ein bisschen doof, aber ich hoffe, das regelt jetzt alles. Die Riesen. Die Riesen sollten mal diese Viecher da tanken. Aber es ist nicht ganz so gut. Ja, gucke mal da. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Äh, nicht zur Luftabwehr, nein. Ach, Gott, scheiße. Da werden sie natürlich kaputt gemäht, ne. Ja. Die Dummen, ah, die sind so doof. Warum gehen die zur Luftabwehr? Mann, ihr seid schlau. Ihr seid echt schlau, ey. Fahrt mit einer da eine Luftabwehr hin. Und, wo gehen sie hin? Och, wir gehen mal kurz zur Luftabwehr. Und machen mal den Selbstmord. Ja, so sind sie. Die Kobolde machen ja mittlerweile auch 19 Schaden oder so. Och, Riese, bist du so dumm oder tust du nur so? Also, von dir hätte ich echt mehr erwartet, dass du da nicht mal so durchkommst. Hm. Ich dachte, also, du kannst einfach da außen rumlaufen. Mann, Riese, wie dumm bist du? Anscheinend bist du ja sehr dumm. Ja, da brauchst du dich auch nicht wundern hier. So. Ich glaube, ich sollte beim nächsten Mal mehr Barbaren machen, anstatt Bogenschützen. Und, beziehungsweise auch mehr Goblins. Hm, Goblins, jetzt weiß ich im Begriff. Jetzt ist das da natürlich schutzlos ausgeliefert. Tun wir da mal einen hin. Und da, falls das nicht ausreicht, weil ich will jetzt alle drei Sterne holen, damit ich, ähm, hier die ganzen Pokale kriege. Dann habe ich irgendwie 1.100 oder so. Ja, kann sein. Diese Kack-Pokale. Aber, aber, na gut. So. Jetzt haben wir ein bisschen was gekriegt. Ja. An Gold, an Elixier. Ja. Kommt ein bisschen spät. Aber, ja. Habe ich dennoch gekriegt. Dankeschön. So, jetzt bin ich wieder in einer Liga. Silber 2. Sehr schön. Aha. Geht bis 1.199. Hm. Freunde, habe ich gar nicht. Wer hat denn schon Freunde? So was, wer hat denn sowas schon? Ach, das ist ja sehr selten. Ist ja wirklich selten. Ähm. Wie viele mache ich denn? Ich mache jetzt erste Mal. Ähm. Nehmen wir mal 8 Stück. Ne. Mal 10. 10 davon. Ähm. Wie viel davon? Ich mache jetzt anstatt den Bogenschütz nur diese Viecher. Weil, ich glaube, die sind effektiver. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, 40. Reichen. Und dann würde ich von denen da irgendwie. Wie viel mache ich denn davon? Wie viel haben die denn? Wie viel Platz? 1. Das ist schön. 20. Und dann würde ich noch ein paar Barbaren machen. Wie viel machen die Barbaren? Die machen nur 14 Damage die Sekunde. Und die 19. Ist schon ein Unterschied. Ein gewaltiger. Und die machen nur 12. Und der, der macht auch nur 14. Hm. Das ist ein Unterschied. So. Wie viel macht der? Der macht... Boah, der macht 70. Das ist echt ein Unterschied. Und der macht 32. Naja, könnte mal mehr sein. Gibt's hier? Was gibt's da? Drache. Nö, Drachen. Hab ich leider nicht. Tut mir leid. Deswegen baue ich ja jetzt erstmal drauf, dass ich die Kaserne upgrade, damit ich auch ein paar Heiler haben kann. Und dann vielleicht nicht diese verfluchten, verfickten Drachen haben. Ähm. Damit ich auch mal welche hab. Ich hab keine. Leider. Ja. So. Nur mal ne Bauhütte. Da ganz. Geht's noch... Kann man... Nee, warte. Kann man auf das... Noch auf das Grüne? Nee, kann man nicht. Nur auf das. Na gut. Dann ist das halt so. Takti-takt. Und fertig. Ich freu mich schon. Wie ein Schnitzel. Wenn mein Rathaus endlich geupgradet ist. Die Operation kann man auch mal machen. Kornblumenbeet. Ne Fackel. Braucht man da für Arbeiter? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Braucht man die? Ne. Wir tun einfach mal so Fackeln dahin, ne? Ähm. Und wo... Ah, die braucht Platz. Das ist ja ein Kack. Kann die angegriffen werden? Das wär's ja. Wär schön. Führen wir mal Fackeln hin. Ne, wir kreisen das mal mit Fackeln hier ein. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber wir machen das jetzt mal so. Ich muss ja mal irgendwie mal diese Dekoration auch mal verwenden. Ja, so. Mit den Fackeln. Ich glaub, das ist sogar nicht quadratisch, aber scheiß auf Mathematik. Das ist mir jetzt sowas von relativ. Ähm, ja. Ja. Die quadratischen... Daraus sollte man keine mathematische Aufgabe machen. Da würde man fehlschlagen, würde ich jetzt mal so behaupten. 400.000? Dann krieg ich mal diesen Zauber, von dem ich keine Ahnung hab, was das für einer ist. Schade. Ne gut. Aber an dieser Stelle würde ich die heutige Folge auch beenden. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ähm, wenn ja, lasst doch mal ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Ja, es würde mich auf jeden Fall freuen. Und, äh, erzählt doch mal euren Freunden davon. Und, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video von Clash of Clans. Und ich mache ab, ich glaub ab, ab dem ersten oder so, lasse ich Mordor's Schatten laufen. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich riesig auf die Reihe. Würde mich echt freuen, wenn ihr da auch mal zuschauen würdet. Weil das ist ein sehr, sehr geiles Spiel, was ich echt gerne let's playen werde. Auf der Gamescom war da eine Stange von 5, 6 Stunden. Das heißt, das Spiel muss richtig gut sein. Es ist ein schönes RPG. Und ich würde mich freuen, falls ihr zuschauen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Clash of Clans wieder.